mach du jetzt bin ich bin noch zu weit weg ich mach dir nicht tot warum weil ich noch leben was steht denn hier hier stand grad was auf dem felsen jetzt ist es weg hier ist plötzlich alles von der tiere jetzt kriege ich ein bisschen angst ja ich hab auch schon mehrere hinter uns und vor uns da vorne jetzt kommt das re auf uns zu uns bison geht weg die richtung kommt das re jetzt her kommt genau auf und zu um es abschießen oder verschreibe ich mir vielleicht den rest soll ich mir den rest halten ist genau hinterm felsen würde ich denken doch mal für dich re war das ja schritte ja klar wo ist es nee das ist das re ich hab's los das schieße ich auch nicht da unten läuft das rand ja komm hier pass auf hier vor dir naja schöner schuss was was das hat er belebt du hast ihn hingeschossen in den kopf in den kopf geschossen hammart ey hammart wie sich gut versteckt haben ge oh ich hab auch noch mal drauf geballert das war ein anderes da waren zwei waren das ja meins ist hier runter gerannt höchste mann da immer ja hier war das hier war das irgendwo habe ich spielte es nicht wo hier war das auf jeden fall in der gegend blutspur suchen also ob eine vorhanden ist in welche richtung ist es weißt du das ja da hoch hier ist ein blut ja ja hier vor dem baum ja dann gehen wir mal da hin also das ist schon mal ein gutes zeichen das blut da ist hat man mich bei nein nicht mehr warte mal hier hier halt mann hier kommt direkt zwei bis ans auf uns zu gehen wir noch gar nicht das waren zwei ja vielleicht sind ja hier siehst du naja lass uns mal rankommen kriegen sie voll den kopfschuss welchen holst du den rechten dann links von mir für den rechten dann und das sind viele ooooh oje ok komm mach mal einfach mal ja warte ich will mich mal hinlegen mal richtig schön ok oder auch nicht die sind ja groß 221 wo schießt du nicht nee ja wie du sagst die die weil der genau in dem baum grad war so leid jetzt schon warten sollen das hat schon gepasst da kommt schon vor geht es mal meins erst mal ich gehe mal nach vorne hingucken weil ich habe das auch angehört ich habe es angeschossen hat sich aufgebäumt ja meins auch aber ich habe auf den kopf geschossen übrigens mit meinem ne ich nicht ich habe einen wanz drin ja bei dem habe ich einen wanz beim ersten naja das ist halt die sonst ja sind sie doch gerade aus wollen wir schießen ja oder wollen wir näher ran ja warte ich ich komme mit gerobbt ja schön gegenwind das re hat das re hat eine warnung gemacht ich hole mal das was frontal von mir ist und deins ne das ist dasselbe achso wir wollen ja auf eins schießen vielleicht wollen wir noch gehen ja ich habe ein anderes ich kann nicht schießen der ist genau vor mir dreht ihn mal nach links also ich habe ein back ja kommt das holen wir uns war Alter! Oh Mann! Keine Chance! Sie standen direkt neben uns ey! Keine Chance! Das muss doch zersiegt sein der Typ! Geht aber ab! Aston? Den Hirsch habe ich! Oh! Achtung! Nein! Boah! Kleiner! Ja! Du sagst es doch einfach! Oh Mann! Das! Mann! Oh Mann! Jetzt habe ich noch einen halben Zentimeter Leben! So oft habe ich doch nicht geschossen eigentlich! Ich habe das gar nicht gemerkt, dass der auf einmal da ist! Sag dich ja Achtung! Ja! Da war der schon da! Ich hatte das Spiel im Hintergrund gehabt! Ich hatte gerade das Reh geschossen! Ich glaube du legst dich besser mal schlafen, bevor du stirbst! Dann muss ich ja zurück! Ich würde mal nach einem Lodge suchen! Ne! Ich glaube das Bisand kommt wieder! Bisand! Hörst auch! Ah das hast du! Okay! Ne! Ich höre was hier an der Berg! Ah! Ich stehe auch! Ich gehe weg! Das wird noch voll live! Oh ja! Es ist... Es ist verbakt! Es ist verbakt! Aber wie? Komm mal hoch! Oh Mann! Ey das kann halt wahr sein! Die hämmen uns aus! Eine mörderische Blutspur! Ah! Und jetzt! Endlich! Pass mal auf! Oh ein Vorteil ins Punkt bekommen! Wauzi 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 Muskeldarm Emi zockt Muskellung... Lungenflügel links! Wauzi, Muskel, Magen, Lungenflügel links, Emi zockt Muskel, Lungenflügel links, Emi zockt Muskel, Darm, Magen. Also, geht noch weiter, geht noch weiter, warte mal, geht noch weiter. Geht gern. Und dann nochmal Muskel von mir und dann nochmal Muskel, Lungenflügel links von dir. Oh oh, wieso, oder was war das gerade? Ja, ich höre was. Du musstest von mir abgehauen auf jeden Fall. Hier rennt's. Oh, ja, Wieso. Wollen wir runter. Es läuft runter. Ich seh's nicht. Alter. Das klingt so geil. Das ist ein schöner Platz hier zum Schießen. Ja. Wieso kommt in Sicherheit wieder. Oh, da liegt was. Ich hab noch 300 Schuss. Ach, das ist ein Stein. Nee. Das ist irgendwas Erlegtes. Doch, gell? Natürlich. Wir haben so viel angeschossen. Alter. Sie sterben vielleicht zu spät. Guck mal, wer das ist. Geldbonus hab ich nicht bekommen. Emi zockt Muskel, Emi zockt Mus... Ach du schau doch mal. Emi zockt Muskel, Lungen, Flügel links. Baut sie Muskeln, Magen, Lungen, Flügel links. Emi zockt Muskel, Lungen, Flügel links. Emi zockt Muskel, Darm, Magen, baut sie Muskel, Emi zockt Muskel, Lungenflügel links. Die liegen hier einfach tot rum. Aber wir haben einen Fehler gemacht. Wir müssen uns mal die Anatomie ansehen, wenn wir das aufgenommen haben, das Vieh. Da sieht man die Anatomie ja. Ja, ich verruf mich, die verbluten die ja mal nicht, dank uns. Ja, das ist es wirklich. Hier liegt Blut. Ja, ich habe gerade eins angeschossen. Ja. Das ist bestimmt jetzt übelst wütend. Ja. Oh oh. Ach du bist das. Oh. Wer hat denn jetzt die Schiss vor den Viechhand? Obwohl ich noch full life bin. Oh oh, Achtung, es kommt auf dich zu. Was? Ja, es kommt auf dich zu. Das ist krass. Oh 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 oh. Hilfe. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Das ist krass. Also, Muskelkreuz und Steißbein, Muskelkiefer, Muskelschädel, Gehirn, Muskelhüfte, Muskelhüfte, Muskellungenflügel links. Aber Gehirn. Ja, Gehirn. Und eigentlich tödlich. Nee, das ist von mir noch, das läuft noch rum. Und ich höre, das ist wütend. Ein bisschen. Hier hat es ein Häufchen gemacht. Hier hat es mal kurz Angst gehabt. Oh, ich bin nicht? Nein. Oh. Nee, oder? Ja, hat mich umgerannt.